Einzigartiges Design. Höchste Performance. Der Siemens Citrans FC430. Ein bahnbrechendes Coriolis-Durchflussmessgerät. Mit Coriolis bezeichnet man eine physikalische Kraft. Sie wirkt auf einen Körper, der in einem rotierenden System beschleunigt wird. So wie eine Kugel auf einer drehenden Scheibe. Ihre Bewegung ist geradlinig. Dreht sich der Betrachter jedoch mit der Scheibe, wird die Kugel scheinbar abgerenkt. Der gleiche Effekt tritt bei einem Wasserschlauch auf, der sich wie ein Springseil um die eigene Achse dreht. Sobald Wasser hindurch fließt, verdreht sich der Schlauch. Das funktioniert auch mit einer Schwingbewegung. Das Verdrehen ist stärker oder schwächer, je nachdem wie viel Wasser den Schlauch durchdringt. Auf diese Weise lässt sich die Masse von Flüssigkeiten oder Gasen bestimmen. Das Siemens Citrans FC430-Durchflussmessgerät funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Zwei symmetrisch angeordnete Metallrohre werden in Schwingungen versetzt. Dafür sorgt ein Oszillator im unteren Bereich. Die Rohre schwingen mit einer Eigenfrequenz, ähnlich einer Stimmgabel. Die Schwingung wird von zwei Pickups exakt gemessen. Einlaufseitig und auslaufseitig. Wenn nun Flüssigkeiten oder Gase durch die Rohre strömen, entsteht wie beim Wasserschlauch eine Phasenverschiebung. Die Pickups messen die räumliche und zeitliche Verschiebung. Eine direkte Antwort darauf, wie viel Flüssigkeit oder Gas durch die Rohre strömt. Denn je größer die Menge, desto stärker schwingen die Rohre nach außen. Siemens präsentiert damit nicht nur ein weiteres Coriolis-Gerät zur Messung von Massendurchflüssen. Durch die Präzision jedes Details und die kompakte Form ist der SITRANS FC430 eine kleine Revolution. Ein Multiparameter-Durchfluss-Messgerät mit höchster Zuverlässigkeit. Neben der Masse bestimmt er die Dichte eines Mediums. Denn dichtere Medien haben eine niedrigere Frequenz. Anders gesagt, Wasser schwingt mit niedrigerer Frequenz als Luft. Aus den Messergebnissen lassen sich vielfältige Parameter wie die Konzentration von Stoffen in Flüssigkeiten oder das Volumen ableiten. Daten und Ergebnisse werden intern und auf dem innovativen Sensor Flash gespeichert. Sie stehen jederzeit als Backup zur Verfügung, genau wie die Audit-Protokollfunktion und sämtliche Zertifikate. Einzigartiges Design, höchste Performance der Siemens SITRANS FC430. Designed for Excellence.